... ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer... Steiner... Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keiter, Jorgen, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mir verlogen! Jeder hat mir verlogen, sogar hier ist es! Die gesamte Generalität ist nichts weiter als ein Haufen niederbrechtiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ist das Feindlinge, verreicht ein Versader! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißt des deutschen Pfalces! Sie ist ohne Ehre! Sie nennt sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um Soldaten mit meinem Messerkabel hält! Daher lang ist es für die Formulierung verhindert! Es hat mit jedem Mord, mit dem Widerstand in den Weg gelegt! Ich hab den Gut daran getan! Und da waren alle höheren Offiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch hab ich allein, allein aus Businessgeld, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betragen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt, der deutschen Volk! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden gesaufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Die Befehle sind in der Welt gesprochen! Es ist unmöglich, unter diesen Aufständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, öffnen Sie sich der Fall dich! Mehr jagt ich wie eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! been in der Welt gesehen! Sie können bei Ihnen daughter, sie bemerken! Ich werde mich über Sie, was Sie zumachen! Ich werde mich über Sie, was Sie kommen, was Sie gerçekten gut gehen? Wie Sie sehen, was Sie zumachen? Ich werde mich über Sie sagen! Ich habe mich über Sie, was Sie haben einen Taggeladen, Ich habe mich über Sie, was Sie. Ich meine, ich werde mich über Sie mit, was Sie beden, Ich werde mich über Sie mit, was Sie haben gebracht, Also Sie kommen, was Sie uns zu leeren, ich werde mich über Sie, was Sie mir nicht untergehen! Untertitelung des ZDF, 2020